Du kannst es gar nicht mehr erwarten. Wieso beißt du mich? Bist du ververs? Der hat eine Menge Blut verloren. Der Kopf wurde ihm weggeblasen. Nein, er hat wirklich eine Menge Blut verloren. Marie ist unersättlich. Ihr Hunger ist teuflisch. Wollen Sie mitfahren? Steigen Sie ein. Marcelli ist ein Gangster. Er plant die Stadt an sich zu reißen. Und wie heißt du? Marie. Marie, ein hübscher Mann. Er hatte mit allem gerechnet, aber nicht mit einem Vampir. Ja, Baby. Hast du etwa Angst? Mit Appetit auf Italiener. Die Beißerin. Und der Bulle. Sie sind auf der Stelle verhaftet. Sie bilden zusammen ein Team. Marcelli ist gar nicht todrechtig. Du musst dich zusammenreißen. Um dem Verbrechen den Biss zu nehmen. Ihr seid gemachte Leute. Aber wenn ich euch mache, seid ihr unangreifbar. Willkommen in der Familie. Von Regisseur John Landis, der schon American Werewolf inszeniert hat. Du hast eine Menge Blut verloren. Bist du sicher, du brauchst nicht mehr? Keine Sorge. Du bist nicht mein Typ. Man ey immer. Bis zum nächsten Mal.